Hier sind wir in Four Elements. Hier ist natürlich super schön. Hier fängt sich das Wasser. Hier hinten ist es hier komplett Rademandschaft. Für Kinder ideal. Erbreiten dann die Luftballons. Eine schöne kleine Rutsche ist dann hier drin dabei. Und ein Windbach. Moment, dann. Sehr schön. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Hier oben hat man die Kletterwände. Und hier noch ein kleiner Kinderpool. Für die ganz Kleinen mit Rutsche. Das ist halt echt ein super tolles Badeparadies. Hier ist so ein Dach. Hier oben noch ein schöner Badeparadies. Schön. Und die Freude immer noch. Und die Freude immer noch. Zum Bären. Hier ist das Ganze wieder da. Aber wie schön.